das war der unerschrockenste erschrocken sein moment nein ich habe mich erschrocken weil ich um einigen oh mein gott da ist es oh mein gott ich bin um den kristall gelaufen und wurde gejumpscared und von dem von dem platz haben wir ihn angegriffen hatte ich diese 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 geile reaktion so richtig erschrocken und dann gehe ich um den kristall rum und amen alter diese kristalle sind so grell man kann hier gar nicht erkennen ohne augenkrebs zu kriegen vielleicht wenn ich genügend nestbälle werfe kann er bitte aufhören hero zu töten und ich musste nicht zurücksetzen ich habe den perfekten namen für dich und meine riecher dass ich heute ein zweites shiny finde hat gestimmt ich habe sogar noch fünf minuten vielleicht bin ich zweites ich glaube nicht aber diesmal diesmal hat hier mir glück gebracht das könnte ein problem sein das ist ein problem weil jetzt sind wirklich alle pokémon tot also ich wollte ich hätte porepump einsetzen sollen schade danach habe ich kein zweites shiny schade Es ist mäßig, es prügelt sich gerne, alter. Cool, jetzt hab ich Bro in meiner Seite. Der Schlag noch nicht. Träger werden noch mehr mit den Schlag.